An der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt findet dieser Tage der militärische Fünfkampf statt. Heeressportlerinnen aus sieben Nationen kämpfen dabei um Medaillen. Am Donnerstag wird das Hindernisschwimmen ausgetragen mit einem besonderen Fan im Publikum. Verteidigungsministerin Claudia Tanner feuert unsere Heeressportler kräftig an. Eine besondere Disziplin, der militärische Fünfkampf, der wirklich zeigt, was unsere Soldatinnen und Soldaten kennen. Und wenn man den Bewerb jetzt gesehen hat beim Hindernisschwimmen, diese Spannung am Schluss, wo es wirklich um Sekundenhundertstel geht, das war einfach beeindruckend. Mit 27,6 Sekunden setzt sich die Österreicherin Cornelia Roth durch und schwimmt damit exakt die gleiche Zeit, mit der sie 2019 neuen österreichischen Rekord aufstellt. Ob das Anfeuern der Ministerin noch mehr motiviert hat? Es ist natürlich eine sehr große Ehre für uns alle, dass die Frau Ministerin da ist und uns zuschaut, weil das passiert nicht jeden Tag. Und umso mehr wollten wir halt auch zeigen, was in uns steckt und wofür wir eigentlich die ganze Zeit trainieren. Also immer wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mit dabei sein und wenn es hilft und wenn ich damit unsere Sportlerinnen und Sportler anfeuern kann, dann werde ich das jedenfalls tun. Und noch viel wichtiger ist aber, dass wir dieses Wesen, dieses militärische Sportwesen, so wie wir das im Ressort haben, und das ist wirklich vergleichbar und besser als in vielen anderen Staaten, dass wir das weiterleben und ausbauen, unsere Heeressportlerinnen und Sportler unterstützen. Und wir haben so viele großartige Trainerbewerber, die da mitarbeiten und nur dann sind, wie gesagt, solche Leistungen möglich, wie wir sie heute erleben. Und einmal mehr zeigt sich die Bedeutung des Heeressports, denn ohne Militär kein Fünfkampf dieser Form. Unsere Sportart, militärischen Fünfkampf, gibt es so in der Form außerhalb des Bundesheeres nicht. Deswegen wäre das ohne den Bundesheer überhaupt nicht möglich. Unsere Guerra, militärische Fünfkampf Untertitelung des ZDF, 2020